Da kam der Wandervogel, stellte unbekümmert um Musik einen neuen Menschen hin und mit dem neuen Menschen, ungerufen, gewachsen, wurde ein neuer Volksgesang. Dieser unser Gesang ist ein Stück unseres Ich geworden. Wir sind nicht auf dem Wege über neue Methoden zur Musik gekommen, sondern über einen neuen Menschen. Musik ist für uns keine Stimmungsangelegenheit mehr, erfüllt durch mechanisch-technische Fertigkeiten, sondern Gesinnungsangelegenheit.